Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie unseren Online-Katalog nutzen und welche Services die Bibliothek bietet. Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel. Wir haben in einer Lehrveranstaltung eine Literaturliste erhalten und versuchen nun, diese Publikationen im Katalog der FA-Joanneum zu finden. Dazu gehen wir auf die Bibliotheksseite und öffnen den Online-Katalog. Sie können den Katalog auch über Ihr Handy aufrufen. Das hat den Vorteil, dass Sie mit dem Gerät in der Hand durch die Regal reingehen und dort gleich nach den Treffern suchen können. Wir möchten zuerst nach dem Buch von Esther Gonstaller, das Klimabuch, recherchieren. Wir suchen im Katalog mit dem Nachnamen der Autorin und dem Titel bzw. Wörtern aus dem Titel im Bereich Bücher und andere Medien. Wunderbar, wir haben gleich die richtige Publikation gefunden. Nun möchten wir Andersdenken und Handeln finden und versuchen es mit dem Namen des Autors und dem Titel des Beitrages. Diese Suche hat leider kein passendes Ergebnis gebracht. Und warum nicht? Wenn wir einen Beitrag aus einem Sammelwerk brauchen, müssen wir mit dem Titel des Sammelwerkes, in dem der Beitrag erschienen ist, und dem Namen des Herausgebers suchen. Jetzt haben wir das Buch gefunden, in dem der benötigte Beitrag enthalten ist. Zuletzt sollten wir auch noch den Artikel von Monge und Gil Alana mit dem Titel Pandemic Episodes, CO2 Emissions and Global Temperatures lesen. Dieser ist in der Zeitschrift Theoretical and Applied Climatology erschienen. Wir geben in das Suchfeld den Titel der Zeitschrift ein und nicht den Titel des Artikels. Wir haben die Zeitschrift als elektronische Publikation gefunden und können online auf den Artikel zugreifen. Als nächstes wollen Sie nun natürlich wissen, wie man an die gefundene Literatur herankommt. Sehen wir uns das anhand des folgenden Beispiels genauer an. Die wichtigsten Angaben, um welche Publikation es sich handelt, Titel, VerfasserInnen bzw. HerausgeberInnen, Erscheinungsjahr etc. sehen wir bereits in der Kurzanzeige, in vielen Fällen auch ein Coverbild und einen Link zum Inhaltsverzeichnis. Außerdem ist erkennbar, ob ein Titel verfügbar ist und an welchem Standort. Wenn es sich um eine elektronische Ressource handelt, kann man von hier aus direkt darauf zugreifen. Weitere Details erhalten wir, wenn wir auf den Titel oder auf die Verfügbarkeit Anzeige klicken. Wir sehen jetzt, ob ein Medium ausleihbar ist. Sollte ein Medium nicht ausleihbar sein, können Sie es natürlich trotzdem in der Bibliothek nutzen, lesen, kopieren etc. Wenn ein Medium gerade nicht verfügbar ist, steht unter Status das Datum, bis zu dem das Medium voraussichtlich entlehnt ist. Außerdem sehen wir hier die Signatur, mit der das Medium im Regal zu finden ist. Diese besteht aus einer Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Der erste Teil ist die Fachgruppe, in der das Medium thematisch eingeordnet ist. Der zweite Teil reiht das Medium innerhalb der Fachgruppe. Eine eventuell vorhandene Zahl in Klammer ist die Auflage. Zahlen hinter einem Pluszeichen zeigen an, dass es mehrere Exemplare gibt. Mit diesen Angaben kann nun das gewünschte Medium aus dem Regal geholt werden. Werfen Sie dort auch einen Blick nach links und rechts. Hier könnten weitere thematisch passende Titel für Sie stehen. Wenn das von Ihnen gewünschte Medium an einem anderen Standort ist, als Sie sich befinden, ist das überhaupt kein Problem. Bitte klicken Sie auf Anmelden. Geben Sie Ihren FH-Benutzernamen sowie Ihr FH-Passwort ein und stimmen Sie der Datenübertragung zu. Dann wird ein Bestellbutton angezeigt. Kicken Sie darauf, wählen Sie den gewünschten Abholort, schicken Sie die Bestellung ab und schon ist das Medium auf dem Weg zu Ihnen. Und das Beste ist, dieses Service ist für Angehörige der FH-Joanneum kostenlos. Sobald das Medium an Ihrem Standort eingelangt ist, was circa fünf Tage dauert, bekommen Sie ein E-Mail und haben dann eine Woche Zeit, es am Schalter abzuholen. Zurückgeben können Sie alle Medien der FH-Joanneum an jeden beliebigen FH-Standort. Das Bibliotheksteam sorgt dafür, dass Sie wieder in Ihr richtiges Zuhause kommen. Auf dieselbe Weise können Sie sich auch auf Medien, die gerade entlehnt sind, vormerken. Auf Bestellung klicken, gewünschten Abholort wählen und das Medium wird für Sie bereitgestellt, sobald es zurückgebracht wird. Auch in diesem Fall erhalten Sie eine Verständigung per Mail. Wenn Sie ein entlehntes Medium so dringend benötigen, dass Sie nicht warten können, bis die Entlehnfrist abläuft, fragen Sie am Schalter, per E-Mail oder auch telefonisch beim Bibliothekspersonal nach. Wir versuchen, Kontakt mit der Entlehnerin oder dem Entlehner herzustellen oder eine andere Lösung zu finden. Eine andere Möglichkeit, an Literatur zu kommen, wenn Sie nicht vor Ort sind, ist unser Scan-Service. Sie finden das Formular für Scan-Aufträge direkt auf unserer Startseite oder Sie gehen zum Punkt Literaturbeschaffung, Scan-Service. Befüllen Sie die Pflichtfelder, stimmen Sie den urheberrechtlichen Bestimmungen zu und schicken Sie es ab. Nach Anmeldung im Online-Katalog erscheint rechts oben Ihr Name. Wenn Sie auf diesen klicken, kommen Sie zu Ihrem Bibliothekskonto. Im Reiter Ausleihen können diese einzeln oder alle verlängert werden. Das ist für Studierende für jeweils 28 Tage in einem Zeitrahmen von insgesamt 16 Wochen beliebig oft möglich. Die Rückmeldung, ob das Verlängern erfolgreich war und das Rückgabedatum kommt umgehend. Grundsätzlich ist online eine Verlängerung nur möglich, solange das Medium nicht durch einen anderen Benutzer, eine andere Benutzerin vorgemerkt wurde. Bei Überschreitung des Fälligkeitsdatums ist eine selbstständige Verlängerung auch nicht mehr möglich. Es besteht aber die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit der Bibliothek. Bitte nehmen Sie dieses Service in Anspruch, da ansonsten immer mehr Gebühren anfallen. Damit die Entlehnfristen eingehalten werden können, ist es natürlich gut zu wissen, für wie lange Medien entlehnt werden können. Sehen wir uns nun aber noch das Bibliothekskonto näher an. Unter Bestellung sehen Sie Ihre Vormerkungen und können diese gegebenenfalls auch stornieren. Wenn Gebühren angefallen sind, scheinen diese hier auf. Unser Tipp? Mahngebühren erspart man sich am besten, indem man umgehend auf das Erinnerungsmail reagiert. Wenn Sie eine Sperre erhalten haben, ist hier ersichtlich aus welchem Grund. Am besten Sie nehmen umgehend Kontakt mit der Bibliothek auf und bringen die Sache in Ordnung, damit Ihr Account wieder freigeschaltet wird und Sie wieder ausleihen können. Unter Persönliche Informationen finden Sie Ihre Kontaktdaten. Sie wissen nun, wie man Literatur im Katalog und im Regal findet, wie man Titel von anderen Bibliotheken der FH Joanneum bestellt, sich auf entlehnte Titel vormerkt und fällige Medien verlängert. Etwas schwieriger wird es, wenn Sie keine konkreten Literaturangaben haben, sondern erst herausfinden müssen, welche Literatur es zu einem bestimmten Thema gibt. Hier haben wir einige Tipps für Sie, wie Sie am besten an eine thematische Suche herangehen bzw. wie Sie Ihr Suchergebnis verbessern können. Nehmen wir an, unsere Forschungsfrage lautet, welchen Einfluss bzw. welche Auswirkungen hat die Nutzung erneuerbarer Energiequellen auf den Klimawandel? Versuchen wir nun, die Forschungsfrage auf relevante, aussagekräftige Kernbegriffe zu reduzieren und dann für diese synonyme bzw. verwandte Begriffe zu finden. Eventuell ist es auch sinnvoll, das Thema mit Ober- und Unterbegriffen zu erweitern bzw. zu präzisieren, den Begriff in der Einzahl und der Mehrzahl zu suchen und die Begriffe ins Englische zu übersetzen. Wenn Sie mit mehreren Suchbegriffen arbeiten, können diese mit den sogenannten Buhlschen Operatoren auf unterschiedliche Weise verknüpft werden. Der wohl am häufigsten genutzte Operator UND bzw. AND wird dann verwendet, wenn alle Begriffe, das können zwei, aber auch mehr sein, vorkommen sollen. Dieser Operator ist eine Standardverknüpfung. Das heißt, dass als Wort nicht eingegeben werden muss, sondern alle Begriffe automatisch mit UND verknüpft werden. In unserem Fall zum Beispiel Klimawandel und erneuerbare Energien. Der Operator ODER bzw. OR wird eingesetzt, wenn entweder der eine oder der andere Suchbegriff in einem Dokument vorkommen soll und ist dann nützlich, wenn man mit einer Suche bedeutungsgleiche oder ähnliche Begriffe finden will, zum Beispiel Klimawandel oder Klimaänderung. Es ist aber auch möglich, gleichzeitig mit deutschen und englischen Begriffen zu suchen, zum Beispiel Klimawandel oder Climate Change. Der Operator NICHT bzw. NOT wird gebraucht, wenn man einen bestimmten Themenbereich gezielt aus der Recherche ausklammern will, zum Beispiel, wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigen möchte, nicht jedoch mit den speziellen Gründen und Ursachen des Treibhauseffekts. Eine andere Option, um das Suchergebnis zu modifizieren, ist die Trunkierung. Die Trunkierung ersetzt bei einem Suchbegriff ein oder mehrere Zeichen bzw. Buchstaben. Das gängigste Symbol für solche Platzhalter ist der Stern, oft auch das Fragezeichen. Man kann Platzhalter am Wortanfang, innerhalb eines Wortes oder am Wortende einsetzen. Mit der Trunkierung kann man also unterschiedliche Schreibweisen abdecken oder Begriffe gleichzeitig in der Einzahl und in der Mehrzahl suchen oder ein Grundwort um ein breiteres Spektrum an Bedeutungen erweitern. So findet zum Beispiel Klimastern, Klimawandel, Klimaänderung, Klimaschutz etc. aber auch Klimaanlage und das Werk eines Autors namens Lars Klimaschewski. Eine weitere Maßnahme zur Perfektionierung der Suchabfrage ist die Phrasensuche. Die Phrasensuche bezeichnet die Suche nach einer bestimmten Wortfolge. Dazu setzt man die gesuchte Wortfolge in Anführungszeichen. Dadurch wird die Treffermenge verringert, aber die Relevanz der gefundenen Treffer erhöht. Die Verwendung der Phrasensuche ist dann sinnvoll, wenn Sie einen mehrteiligen Suchbegriff finden möchten, was vor allem im Englischen häufig vorkommt, zum Beispiel Climate Change, aber auch erneuerbare Energie. Das Ergebnis ist ein anderes, je nachdem, ob man die Suchbegriffe unter Anführungszeichen setzt oder keine Anführungszeichen eingibt und die Suchbegriffe dann automatisch mit UND verknüpft werden und auch Dokumente gefunden werden, in deren Beschreibung die Wörter unabhängig voneinander an verschiedenen Stellen vorkommen. Außerdem macht es einen Unterschied, ob Sie mit Stichwörtern oder Schlagwörtern recherchieren. Stichwörter kommen irgendwo in einer bibliografischen Beschreibung vor. Diese umfasst nicht nur AutorInnen und Titel, sondern zum Beispiel auch Angaben zum Verlag, Inhaltsverzeichnisse und Inhaltsangaben. Das Problem dabei ist, dass Sie unter Umständen zu viele irrelevante Treffer erhalten. Schlagwörter beschreiben hingegen präzise den Inhalt eines Dokumentes. Dabei kann es sein, dass die Begriffe als konkrete Zeichenfolge in der bibliografischen Beschreibung gar nicht vorkommen. So wird bei einer Suche mit dem Begriff Klimawandel der Titel »Machste dreckig, machste sauber« nur angezeigt, weil er zufällig im Verlag Klimawandel erschienen ist. Da der Treffer aber gut zu unserem Thema passt, sehen wir uns an, wie er beschlagwortet ist und stoßen dabei auf Klimaänderung und könnten mit diesem Schlagwort eine neue Suche starten. Mit dem richtigen Schlagwort erhält man zwar unter Umständen weniger, aber dafür relevantere Treffer. Diese Suchmöglichkeiten gelten in dieser oder ähnlicher Form nicht nur für unseren Online-Katalog, sondern auch für andere Recherche-Tools, zum Beispiel Datenbanken. Bei Problemen und für Details konsultieren Sie am besten die jeweiligen Hilfeseiten. Starten wir nun also eine Suchanfrage mit den Begriffen »Klimawandel« und »Erneuerbare Energie«. Wenn Sie bei den Suchbereichen keine Auswahl treffen, suchen Sie in »Bücher« und andere Medien. Sie können aber auch auf »Abschlussarbeiten« einschränken oder »Zeitschriftenartikel« und »Open Access-Quellen« durchsuchen, wobei sich hier auch die Suche mit englischen Begriffen anbietet. Eine Suchanfrage umfasst die physischen Bestände der Bibliotheken aller Standorte der FH Joanneum, aber auch alle standortunabhängigen elektronischen Informationsquellen, wie zum Beispiel E-Books. Sehen wir uns nun die Trefferliste genauer an. Die Begriffe, die wir eingegeben haben, sind in den Treffern markiert. Wir erhalten aber auch Treffer, bei denen sich die gesuchten Begriffe in angehängten Dateien, wie zum Beispiel Inhaltsverzeichnissen oder Zusammenfassungen, verbergen. Rechts von der Trefferliste haben wir einige Möglichkeiten, unsere Ergebnisse zu filtern. Mit der Option »Sortieren nach« können wir die Treffer nach verschiedenen Kriterien auflisten. Grundsätzlich wird nach »Relevant« sortiert. Man kann aber zum Beispiel auch die aktuellsten Treffer als erstes anzeigen lassen. Wir können unser Suchergebnis auch auf einem Bibliotheksstandort beschränken. Aber Vorsicht! Damit werden alle Online-Ressourcen, wie zum Beispiel E-Books, von der Suche ausgenommen. Weitere Filter- und Einschränkungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel nach Medienart, Erscheinungsjahr und Sprache, aber auch nach Themen, die in der Trefferliste gefunden wurden. Einzelne Kategorien können ausgewählt, aber auch ausgeschlossen werden. Wenn Sie sich vorher angemeldet haben, können Sie mit einem PIN die Suchanfrage für zukünftige Sessions speichern und erhalten so ein Suchprotokoll. Das heißt, Sie können nachvollziehen, wann Sie mit welchen Suchbegriffen eine Anfrage gemacht haben und diese mit dem PIN rechts oben auf auch wieder aufrufen. Falls Sie mit Ihrem Suchergebnis nicht zufrieden sind, weil zu viele oder irrelevante Treffer in der Trefferliste sind, versuchen Sie, das Suchergebnis über die erweiterte Suche zu optimieren. Mittels Dropdown-Menü können Begriffe nur in bestimmten Feldern gesucht werden, zum Beispiel Titel, Personen oder Schlagwort. Wenn Sie aber nun ein Medium brauchen, das nicht an der FA-JORNEUM verfügbar ist, können Sie eine Fernleihebestellung in Auftrag geben. Die Fernleihe ist ein Service, bei dem die Bestände wissenschaftlicher Bibliotheken untereinander verliehen werden. Wir zeigen Ihnen anhand eines Beispiels, was Sie als BenutzerIn tun müssen. Wir greifen unsere Recherche zum Thema Klimawandel wieder auf und suchen dafür nach Erki Hollow Climate Change and the Law. Zunächst suchen wir einen Bibliothekskatalog der FA-JORNEUM. Da diese Suche ohne Erfolg bleibt, setzen wir unsere Recherche im österreichischen Gesamtkatalog fort. Wir geben wieder unser Suchbeispiel ein und erzielen im Gesamtkatalog mehrere Treffer, darunter auch den gewünschten Titel als gedrucktes Buch und als E-Book. E-Books sind von der Fernleihe ausgeschlossen. Das gedruckte Buch kann jedoch bestellt werden. Um eine Bestellung aufzugeben, gehen wir zurück zu unserem Online-Katalog. Nach der Anmeldung wird der Button Fernleihe aktiv und man kann das Bestellformular öffnen. Wählen Sie nun aus, an welcher unserer Bibliotheken Sie das Fernleihebuch abholen möchten, dann ergänzen Sie zumindest die Pflichtfelder zum Buch selbst. Titel, Autor, Autorin oder herausgebende Person und das Erscheinungsjahr sind unbedingt notwendig. Sollten Sie ein Medium österreichweit nicht finden, haben Sie bei Serviceebene auch die Möglichkeit, eine Auslandsfernleihe in Auftrag zu geben. Abschließend stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu und klicken auf Bestellung. Sie können den Auftrag in Ihrem Benutzerkonto unter Bestellung nochmal kontrollieren und, bis sie von uns bearbeitet wird, auch selbst stornieren. Für Sie ist die Bestellung nun abgeschlossen. Im Regelfall erfolgt die Lieferung bei Inlandsbestellungen innerhalb von ein bis drei Wochen. Aus dem Ausland kann es eventuell länger dauern. Sobald das gewünschte Medium eingetroffen ist, werden Sie von uns per E-Mail informiert. Die Entlehndauer wird von den gebenden Bibliotheken bestimmt und kann daher von den für Sie in der Bibliothek der FA-Journeum gültigen Entlehnfristen abweichen. Verlängerungen sind grundsätzlich möglich, allerdings müssen wir bei der gebenden Bibliothek nachfragen. Schicken Sie dazu ein paar Tage vor Ablauf der Entlehnfrist ein E-Mail an bibliothek-at-fh-joaneum.at. Bitte retournieren Sie Ihre Fernleihen an der Standortbibliothek der FA-Journeum, an der Sie sie auch abgeholt haben. Unsere BibliotheksnutzerInnen dürfen aber auch beim Bestandsaufbau mitreden. Wenn Sie also der Meinung sind, dass ein Medium unbedingt in der Bibliothek sein sollte, machen Sie einen Ankaufsvorschlag. Wunderbar, jetzt sind Sie bibliotheksfit. Für Fragen steht Ihnen Ihr Bibliotheksteam natürlich gerne zur Verfügung. Oder Sie besuchen unsere Homepage. Das war die Tür. Für Fragen steht Ihnen eine hoffe, cooleIN Siegt. Untertitelung des ZDF, 2020